Yo, Leute! Ich bin's euer Emo Marco. Nein, Marco will ja. Ja, ich weiß, ich sollte mich wieder mal rasieren. Ich seh auch wie ein Obdachlos oder was. Nein, einfach. Ja, ich seh mich zertraut und müde und ja. So seh ich halt aus. Ich sollte wieder mal rasieren zum Briseur. Aber eigentlich geht es gar nicht um dieses Thema heute, sondern... Ich weiß, viele denken jetzt wahrscheinlich, ja. Der zieht es ja wieder eh nicht durch. Und alles möglich. Ja, aber ich wollte schauen. Ich will eigentlich probieren, ob's geht. Ja, ich würde gern wieder ein paar Gaming-Videos machen. Das wäre mein Ziel soweit wie möglich. Ich habe zwar jetzt ein bisschen Probleme am Computer. Ich kann irgendwie mein Konto nicht mehr richtig einrichten. Mein zweites, wo ich immer hatte. Aber das kann ich theoretisch lösen, indem... Weil zum einen die Playstation 4 spiele ich ja eh... PS5 spiele ich ja eh über PS5. Die lässt es dann hoch. Die kann ich dann mit dem Handy bearbeiten. Dann... Die anderen... Die kann ich ja auch. Die anderen die Switcher und... Ja, die Switch Games. Die werde ich mit... Natürlich mit dem Handy aufnehmen, weil ich auch meine Texte habe. Ja. Zwei Teile mit dem Minus-Geld... Ne Switch OLED gekauft. Plus noch ein paar Games und noch ein Statist. Zum die Kamera... Zum das Handy drin befestigen. Ja, mal schauen, was wir uns erst spielen werden. Mal überraschen lassen, oder? Aber... Dieses Video ist einfach nur zur Information und so. Und zu einem Test-Sweck gemacht. Jo. Dann will ich ja auch nicht weiter euch nerven, oder eure Freizeit machen. Bis zum nächsten Mal. Aber kein Mal.